Drei, Zwei, Eins, Zwei! Gebt euch alle Meridian heute rausgekommen, was geht. Wir sind gerade auf dem Weg nach Regensburg. Und ja, lasst euch überraschen, was heute alles so abgeht. Guten Morgen, mein Name ist Snipe. Wir haben irgendwo ungefähr meine Sicht einfach hier. Der nimmt mich einfach aus. Wir sind hier, die Laune ist noch gut. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, guten Morgen, ey. Hört mal zu, mein Freund. Wir sind hier gerade in meinem netten Soundmobil. Im angepisierten Tourbus. Wir haben... Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich weiß nicht, ob man es sieht in der Kamera. Wir haben 10 Uhr morgens. Das sind Uhrzeiten, zu denen ich normalerweise schlafen gehe. Und heute musste man aber wach sein. Armin ist komplett glücklich. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, der hat schon ein bisschen was intus. Auf jeden Fall, wir tanken als andere Auto. Der Tesla muss nicht tanken. Ist ja Elektro, ne? Auf jeden Fall schöne Grüße an Tesla. Wenn ihr mich sponsern wollt, macht. Macht ihr eh nicht. Und ja, wir fahren gleich los nach Regensburg. Und ähm, ähm, nehm, nehm, nehm. Cäsar. Was geht ab, Bruder? Ich muss ein Lied jetzt hören, gell? Bei mir ist immer jeden Morgen muss ich ein gewisses Lied hören, um wach zu werden. Und Armin tut gerade so, als ob der telefoniert. Meine Mutter ist gelandet. Die sagt Terminal 1, C wie Cäsar, Bruder. Ja, auch gut. Armin telefoniert gerade, damit so aus, als ob er was wichtiges macht. Und dann mal grüße sie dann an, ja? Ja? Ja, tu sie immer noch so an den Telefonieren. Ich glaub's nicht. Ja, okay, weiter. Meridian, Meridian. Ist dein Telefonat fertig, ja? Ja, wohl. Deine angepasierte Telefonat. Ey, es gibt ein Lied. Hallo? Das muss ich jeden Morgen hören, weil sonst ich komm nicht aus dem Bett. Und ich hoffe, meine Mutter, Gläsi, ich mein's jetzt, Digga, ernst mit dem Lied. Mach mal laut, dreh mal komplett auf. Dreh komplett auf. Dreh komplett auf? Dreh auf, Digga, dreh auf, was machst du für Sitzheitung, Digga? Da. Ich dreh ab. Lauter, lauter. Ja, es ist laut. Oh, Herr Digga. Du musst laut machen. Ja, ja, das ist klar. Ich wusste, Michael Jacks. Ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komplett Russia war alle. Ey. Mann, 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 ey. Dokorte sind gelöst. Wenn das hier, jeden Morgen hören wird. Nein. Schwörf meine Mutter, jetzt kommt der Kanaka aus der Baustür. Wir machen jetzt Geld. All das kriege ich, wenn ich moonwalk auf Bühne mache. Dann Tonino rucht das. Ok, Snype will Moonwalk heute machen. Ja, ich mach diese Einen auf Kół, die ihre isse Breakfast assistiert. Jawoll Bruder, alle. Wir nehmen alles auseinander. Ich schwörf meine Mutter. Sogar auf alles Trainigena Super. Ey, und ich mach den Roboter? Scheinfelder Straßenkatte. Ich liebe das Dick-Fuck! Verdammt! Heute ist der der Release-Sack. Guck mal, Bruder, siehst du wie ich sitze? Meine Mutter hat mein Kumpf, Bruder, ihr lasst mich mit Armin anhalten. Siehst du, wie ich sitze? So sitzen immer in Italien die alten Männer. Wir essen Oliven, die Lester, die waren so. Du hast niemals deine Weine übers Holz gehabt. Nur jetzt so. Guck mal hier, das ist gut im Studio besser. Ja, ja. Komplett bei Pakekuchen. Hast du gar nicht aus? Du siehst immer in dem Sonnenstück aus. Richtig. Ich hab dich schon mal so ebeles Steak gesehen, Rinderfilik. Wir lassen den Amst immer gar nicht essen und so. Was für Arbeitsverhältnisse hier. Unglaublich. Zustände. Energie für heute Abend, oder? Gibt's überhaupt Leute, die irgendwie nichts zu tun haben und jetzt Snipe kommt? Ich glaube nicht. Wir sind hier gerade im wunderschönen Tesla hinten auf der Rückbank. Und Snipe ist ganz schön bequem, Diggi. Ist voll bequem hier. Ich weiß gar nicht, was du hast. Total bequem. Total. Nach so ein paar Kilometern, Bruder. Da kannst du schon mal drücken in der Wirbel. Was geht ab, Kiera? Ja, auf jeden Fall. Wir fahren nach Richtung Regensburg. Heute Auftritt mit Muschino. Samra Capital. Wir reißen die Jute ab. Noch 2 Stunden, 30 Minuten kommt das Lied. Das Lied ist bereits auf Spotify übrigens zu streamen. Und weiteren Plattformen wie Amazon. Die haben heute auch noch rausgekommen. 15 Uhr das Video. Ihr wisst Bescheid. Alles auseinandergenommen. Hast Corona. Komplett Fitsch. Euromagis. Jetzt sind jetzt mittlerweile seit Ungelogen. Locker. 4 Stunden hier drin. Ohne über 3 Male. Der Junge ist seit 4 Stunden live. Der sagt 4 Stunden. Guck mal an dieses Gesicht an. Meinst du, ich würde lügen? Meinst du, ich lüge? Denkst du lügen? Sag Ademariam. 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 Nein. Nein. Niemals. Ich bin nur am Ende die ganze Zeit schriegel. Welche Nachrichten, als wäre ich es da. Keine Ahnung. Was passiert. Egal. Ain't nobody. Loves me better. Makes me happy. Makes me feel this way. Ich kann auch so singen. Ich kann auch so singen. Mach mal Autotun an. Vielen, vielen Dank jetzt erstmal an alle da draußen, die uns jetzt seit... Ohne Musik. Die uns mittlerweile seit ein Jahr supporten. Uns wirklich kontinuierlich posten, teilen. Egal was die machen. Egal wie. Richtig geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr habt es möglichst gemacht, dass wir heute mit Prosciiro Cafetano Samara auftreten und alles aufscheißen. Wir sind gleich in Regensburg. Wir sind gleich in der Halle. Wir machen ein bisschen Soundcheck. Bisschen so abhängen. Die Leute kennenlernen. Sehen wir uns gleich wieder. Pau. Was geht ab? Wir haben uns gerade im Auto gesehen. Wie gesagt, sind wir jetzt hier in Donau Arena. Stadtwerk Regensburg. Heil angekommen. Gute Fahrt. Volle Bäuche. Dann tut das Leibes auch wieder. Testen, dass ihr alles da. Was geht ab? Kommt einfach mal mit. Weitere. Meine Freunde, ist Nowcare jetzt online. Alle, macht nicht die Schwellen. Ja, doch, Mama, die Scheiß, lass uns noch, noch, noch heißer machen. Ja, doch, Mama, die Scheiß- Natalie sind in mir. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft und zwar haben wir gegen die Donauer Pinguine haben wir wirklich stark gespielt von Anfang an. Ich habe meine Mannschaft so aufgestellt, dass ich, wie beim letzten Spiel, im Hinspiel, wir haben von Anfang an gut funktioniert. Die ersten fünf Minuten waren ein bisschen schwach, aber danach haben wir auf jeden Fall besser gespielt. In der 56 Spielminute, da gab es ein krasses Foul. Die Fernsehbilder haben gezeigt, es war auf jeden Fall eine berechtigte rote Karte. Was sagen Sie denn dazu? Berechtigt oder nicht berechtigt, das ist einmal so dahingestellt. Also ich muss sagen, über den Spieler Meridian, den kennen wir, viele reden immer über ihn und ich höre auch immer wieder Fouls hier und auch in Insta, in den Social Media Networks, da ist er manchmal ein bisschen asozialer unterwegs. Ja, da hat er mal gefolgende rote Karte, ich möchte das zu wenig sagen. Okay, vielen lieben Dank. Hallo, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Guten Tag, Snipe. Mein Name ist Snipe. Nehmen wir das Vierfingerzeichen. Tonino. Ich heiße Tonino, Bruder. Was ist Snipe? So schön müsste es sein. Eineinhalb Stunden. Wir machen locker im Hotel. Jungs noch da. In der Ducaim-Party. Fahrt sich schon komplett auf nur noch Gucci unterwegs. Nur noch immer, Bruder. Nur noch immer, ich bin nur noch immer. Ne, Kosti, der ist 25-Tor wert. Allein Unterpasche, 15er. Dieser Bauch hier, ich sage euch auf korrekt, dieser Bauch ist locker eine Viertelmillion wert. Machst du locker, Bruder? Locker. Da sind so viele Döner-Teller drin, Bruder. Diese ganzen Mitarbeiter von Ocak-Baschi, gell? Die haben nur mit Augen gerollt, als sie mich gesehen haben. Digga. Skibber, erzähl du, Bruder, gib mal die Kamera her. Gib mal die Kamera her. Gibst du mir eine, diese Kamera? Hey Skibber. Erzähl mal, Bruder, wann kommt dein Album? Erstmal Alkohol. Mein Album kommt nächstes Jahr im Februar. Nächstes Jahr im Februar? Erstmal für alle Alkoholiker. Nicht, dass wir uns überschneiden, Bruder. Lass mal absprechen. Wie heißt das Album? Ey, man sieht dein Insta-Benachstum, Toni. Mein Album wird Alkoholiker heißen. Das passt ja. Wie sieht das Cover aus? Wollen wir hier schnell eins schießen? Bierkiste. Aber nur Binding, Krümmerpilz. Hast du jetzt wenig Sponsoring hinbekommen? Ich schreib den jetzt. Ja, ich schwöre, ey, Binding. Binding, jetzt mal im Ernst, wenn ihr das seht, gell. Binding. Wie heißt diese Firma, die diese Binding macht? Binding. Wie heißt Binding? Dieser junge Mann, gell. Ich bauf alles. Der macht euch so reich, gell. Ohne Scheiß, ich rede jetzt wirklich. Ich leg jetzt mein, wie sagt das? Meine Hand ins Feuer. Meine Hand ins Feuer. Dass dieser Mann nur Binding trinkt. Deswegen, wenn ihr... Ihr ihm... ...erklärt. Ich baub alles... Ich klär euch so viel. Andere Sachen, Bruder von Nordi. Die habt keinen Bock mehr. Auftreten, Bruder, wenn ihr unterwegs sind, sicher... Hast du ihn strafft? Wir bringen den Skipper noch 100% dazu. Das ist auf jeden Fall meine Challenge für nächstes Jahr. Wenn wir irgendwo unterwegs sind, sagst du Auftritt, wie du drehst. Und wir sind irgendwo unterwegs. Dieser Mann wird Zigaretten rauchen. Ich verspreche es euch. Ihr werdet ihn irgendwann mal sehen. Mit einer Kippe in der Hand. Skipper, du musst. Weil der blöpft sich mit diesem komischen Liquid die ganze Zeit an. Hey! Ich will diesen Namen von diesem Hotel nicht sagen, wo wir gerade sind, gell? Aber die Frau an Rezeption, die würde ich an dieses Gesicht erinnern. Vor allem der Mann. Du gehörst schon eine Blonde. Hier, das kannst du wegkippsen, gell? Der wird mich noch kennen. Mit deinem Saftladen hier. Wie ihr habt kein Minibar im Zimmer? Wie viele Sterne ist eigentlich dieses Hotel? Vier oder? Vier, vier, alljährlich. Wie viele so krasse Bauchschmerzen. In Deutschland ist das noch andere Standard. Schmeiß mal diese Kinder-Hippo. Heute ist nicht nur Meridian rausgekommen, heute ist auch von meinem Bruder Cousin. Und Etsy, Kalashmagnum, gebt euch auf YouTube. Asoziales Video. Ich guck jetzt noch mal rein. Wir wollen Live-Reaction machen. Komm mal Live-Reaction. Live-Reaction, Len. Ich war jetzt Live-Reaction Cousin für deine Augen, Len. Komm, Len. Warte, warte, bevor wir ein Reaction machen. Boah, Len. Warte doch mal. Schöner Mann. Ja, Bruder. Hey, Kinder-Hippo. Wenn ihr das seht, wir essen das sehr gerne, wenn wir unterwegs sind. Und wenn ihr nicht wollt, dass wir pleite gehen wegen euch. Und wenn ihr offen seid für Kooperation, schreibt Enes mal in den. Boah. Der ist eine s***. Guck, Enes. Esst das mal richtig gerne. Oh, echt? Mach mal wie aus der Werbung, Josh. Wo die Schokoladen noch so quack gemacht. Ach, das sind noch so Wassertupfen auf die Schokolade. Komm, pack mal. Jetzt sind noch mehr so Einkopfhörer wie dieser Leon Loblock. Ey, es ist auch nichts Zeit. Asozialer Beat. Asozialer Beat. Asozialer Beat, das ist gut. Bauer. Bauer. Bauer, das ist Löwe. Ja, das ist Löwe. Ja, das ist es. Kör. Asozialer Beat. Asozialer Beat. Wir sind jetzt angekommen im Backstage in der Donau-Arena, gleich geht's los, dauert nicht mehr lange, dann zerreißen wir die Bühne, würd ich sagen. Snipe, kommst du mal jetzt, Mensch? So, guck mir da auf die Taufe, Kinders. Heute spielen wir 4-4-2, okay? Immer häng die Spitze, Snipe. Du bist immer vorne, nicht zurücklaufen, wir haben genug Abwehr heute da. Armin von links, immer von links. Ich will deine Flanken hier sehen, lange Bälle, die sind hinten, kann man nicht abstehen, achte auf den Fünfer, da ist der langsam, da kannst du einen langen Ball aufstehen, dann hau ich es rein. Und ich, komm dann ab und zu mal vom Mittelfeld, ich werde dann ein paar Bälle verteilen, die kannst du mich auch ganz schön sehen. Wenn die in unser Strafplan kommen, dann müssen wir die Gretsch machen, du. Also, also, weiter gucken. Ich bin noch nicht fertig. Wer ist Kapitän heute? Kapitän, äh, bist natürlich du, ja? Ich hab auch was für dich dabei. Die Kapitäns-Binde, die will ich dir heute neu geben, ja, die Kapitäns-Rolex. So, mach mal zu noch. So, jetzt mach mal ein Kreis hier, mach mal ein Kreis hier, komm. Komm. Und bei drei schreit ihr als Sieg, ja? Eins. Ich schrei M-A-S-I, ihr schreit Sieg. M-A-S-Sieg, 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 M-A-S-Sieg. M-A-S-Sieg, M-A-S-Sieg, M-A-S-Sieg. M-A-S-Sieg, M-A-S-Sieg. M-A-S-Sieg, 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 M-A-S-Sieg. M-A-S-Sieg. M-A-S-Sieg, M-A-S-Sieg. Ich will euch alle hören, alle 1, 2, 3 3, 2, 1 Hey, du willst singen? Ich geh ansche. Okay, ich bin bei der Lasse. Lass auf, lass'n Schampo-Stasche. Bringst du meine Steine, schlafen wir ihn am Fliegen. Heute tut uns viel normal. Was die Frau, die ich liebe, nicht mehr schnell, denn der Zeit. Die Krieg kommt unter dem Vorsitz. Die Ebenfranken nach. Volle auf der Politik. Fugger, Krieg, Pessi, Aller. Provenz, Puppen, Knie, Ruhle, Kanzi, Verlangen. Alles kommen wir nur, die Herr Wette, die kommen wir. Wir leben vor einer nur sozialen Ansichtlinie. Wir waren gegen Wagen, Träume, Juden, das Paradies. Tremi, du bist aus der Schule, lass' die Spiele hoch. Denn ich wachs dazu genug. ARD Text im Auftrag von Funk Bruder, du hast heute mein Leben ge*****t, diese Kamera, weißt du das? Soll ich sagen, die Stimme ist weg, Auftritt war Papa. Wir haben eine Stimmung gemacht. Kapi und die Jungs gehen jetzt raus. Die geben der Beute den Rest. Ja Mann, wie gesagt, ey Jungs, sag mal was. Armin, sag mal was in die Kamera. Abwiss, abwiss, abwiss. Was soll ich sagen, Bruder, ich hab nicht mehr Stimme, um was zu sagen. Sag was. Nochmal, nochmal bitte, nochmal bitte. Okay, Papa. Ich kann's dir in Zeichensprache sagen, wenn ich keine Stimme machen. Was willst du? Willst du's in Zeichensprache? Nein, ich will dich ja. Kau mit, Kau mit, Kau mit. Du bist schon wieder raus. Ey, du hast eine geile Tasche. Ist echt, blöder. Es geht, Toni, noch vier Fingerzeichen, wir ziehen jetzt ab. Immer noch in Regensburg mit der ganzen Familie. Vielen, vielen Dank nochmal an Regensburg. Ihr wart wirklich der Hammer. Ich küsse eure Augen. Ihr wart alle zu, Baba. Vielen Dank an Glezi. Vielen Dank an Enes. Armin, Snipe, Fatih, Izzi, Mido, Kevin. Die ganze Familie waren da. Danke an alle. Hab ich schon gesagt. Danke an Glezi, bester Mann. Was geht ab Regensburg, FFM. Wir sehen uns. Macht's gut. Du hast bloß verändert. Du hast den Besten vergessen. Abo. Abo, Bruder. Scheiße. Oh shit. Vielen, vielen Dank an den Bruder hinter der Kamera. Skipper, meine Sicht, meine Family. Brrr. Oh nein. Komm noch an, Lann. Wer bist du, Lann? Ich hab grad Skibas Kamera geklaut. Der ist grad Hotdog essen. Kommentiert mir alle unten auf YouTube. Skipper ist ne geile Sau. Ich mach Ed meine Sicht. Meine Sicht ist ne geile Sau. Der will ich bestimmt freuen, wenn er zurückkommt. Ja, ich guck mich nicht so an, ey. Ich hab letztes Mai. Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Kleiner ***, der hat Angst. Eigentlich solltest du mal ***, ey. Wie redest du mit mir? Wie redest du mit mir? Kleiner ***, Alter. Kein Respekt, diese Menschen. Ja, wie ihr seht, der muss das weg von dir machen.